So, nach einer kurzen Verschnaufpause für mich und einer, ich denke mal, etwas längeren für euch, machen wir weiter hier auf der USS Ulysses beim... Let's Play... Hehehe, beim Let's Play Jammer da abknallen. Musst ihr? Hmm... Ja, ihr habt es auch schon in den Kommentaren geschrieben. Sie sind schon aufgel... Worf an Captain Sisko. Ziel Alpha erreicht. Worf Ende. Was ist denn Ziel Alpha? Kannst du mal in ganz zusammenhängenden Sätzen mit mir sprechen? Ihr habt es schon in den Kommentaren geschrieben. Obwohl sie sich schon bereits in Luft auflösen, schreien sie immer noch. So. Oh wei, das sieht tief aus. Hm. Okay, ich muss da wieder runter. Das gefällt mir ja mal gar nicht. Joranimo! Ih, warum wird das Bild jetzt so blau? Nein, 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 nein. Jennifer. Jennifer. So heißt ihm seine Frau. Benjamin. Schwimm schneller, schwimm schneller. Wo es nicht glatt ist, kann gelaufen werden. Das heißt, wo keine Eisscholle gerade unterwegs ist, kannst du dich beeilen. Nee, nicht aufhören. Ähm, das... Oh Gott. Jetzt muss ich nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben. Da. Oh, Gott sei Dank. Gleich geschafft, gleich geschafft, gleich geschafft. Oh, Gott sei Dank. So. Platschi, platsch. Jetzt muss ich hier nur gucken. Oh, Gott, oh Gott. Also kann man ein Schiff natürlich auch erkunden, schwimmend. Ich muss jetzt nur gucken, dass er seinen Kappes über Wasser hält. Nee, da nicht. Luft holen. Weiter geht's. Können wir mal ausmachen, die Leuchte. Sich aufladen lassen. Ähm, ja, ja. Ich mein, ich hab jetzt hier ne große Ehrenrunde gedreht. Was hat mir das jetzt gebracht? Den machen wir direkt mal tot, bevor der mich gleich irgendwo aus dem Hinterhalt angreift. Oh, noch mal Luft schnappen. Schnipp, schnapp. Oh Gott, kennt ihr das Lied noch? Schnie, schna, schnappi, 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 schnappi. Jetzt im Jamba-Sparabo. Tja, das, äh, he, he. Oh, Kingers. Lass mich in Ruhe. Ich hatte 100%. Wengi hab ich jetzt nur noch 91. Tja, also muss es hier wohl irgendwas unter Wasser geben. Aber. Gut, die Zeit hab ich jetzt natürlich auch dafür genutzt, dass ich unser Atemgerät wieder aufladen kann. Was ist denn da? Da? Ähm, nichts. Okay. So, das heißt, wir müssen hier noch irgendwo... Was? Moment mal, was ist denn da hinten? Da kann ich doch, oder? Raus. Genau. Aber ich... Nein. Komm da wieder mal nicht hoch. Da komm ich auch nicht rein. Also müssen wir hier irgendwo unter Wasser gucken. Hier muss ich irgendwo irgendwas übersehen haben. Eine Tür ja, von da bin ich gekommen. Hier muss es doch irgendwas geben, verdammte Axt. Dann noch tiefer vielleicht. Ne, hier ist Onyx. Hm. Das hasse ich ja an solchen Spielen, wenn man an solchen Stellen wie jetzt gerade kommt. Dass man absolut nicht weiter weiß. Ach ja, Mann. Ich bin doch schon an der Oberfläche. So, jetzt hätte ich gerne wieder... Danke. Das Wasser sieht von hier oben so schön animiert aus. Und wenn man dann unter Wasser ist, hat man dieses komische Blau... Ja, genau. Genau. So, jetzt gucken wir mal mehr... Nein, du sollst oben bleiben. Du sollst nur runter gucken. Vielleicht habe ich hier unten irgendwo was übersehen. Naja. Schauen wir nochmal. Aber dem sieht nicht so aus. Ja, gleich ist mein Atemgerät auch schon wieder leer. Hier war ich ja noch gar nicht drin. Wieso das denn noch nicht? Kommt noch... Ach, nee. Ach. Die einfachsten Dinge sieht man manchmal nicht. Wie so oft. Äh. Kameraeinstellung. Ja. Hallo. Kann ich? Danke. Na, wobei. Was soll ich mir das jetzt bringen? Da oben hoch wäre nicht schlecht. Eine Leiter wäre auch nicht schlecht oder so. Ne. Hier ist nichts. So. Schwimmt der vielleicht so ein bisschen schneller? Doch. Ich glaube, oder? Er schwimmt, glaube ich, so ein bisschen schneller. Ja. So, was haben wir hier? Da haben wir nichts. Da auch nichts. Tja, also wieder umsonst. Gleich ist die Atemluft wieder erschöpft. Oh ja. Oh ja. Da hätte ich das mal vorher gewusst, dass der so wesentlich schneller schwimmt. Nein. Nein. Oh, wie kann man... Oh, wieso ist die so versteckt? Oh. Man muss erst 5000 Mal im Kreis schwimmen. Finde ich ganz toll. Hey, wie viel denn? Oh. Oh. Wann? Wie viel waren das jetzt? Vier? Fünf? Oh. Was ist das? Benjamin, das leuchtet rot. Na. Na. Da hat leider auch nichts für uns. Sind wir hier? Ah, was war das? Wieso können wir hier alles nicht benutzen? Nein. Nachher übersehe ich was, weil man genau dann irgendeine Tafel oder Konsole nicht wirklich richtig probiert hat zu benutzen. Dann hat man nachher genau die übersehen, die man nachher benutzen muss. Wenn man irgendwie vielleicht direkt so einen Hinweis gemacht hätte, pass mal auf hier, kannst du was benutzen. Das wäre vielleicht echt hilfreicher gewesen. Na ja, von da kommen wir. Da hinten. Ich gucke hier nochmal. Hier gibt's auch nichts. Halt, daraus. Hier. Was gibt's hier? Gibt's hier auch so einen Raum? Jawohl. Es gibt so einen Raum. Ach, gucke an. Was liegt denn hier? Kommando-Chip. Aha. Sie haben die maximale Menge, das heißt, wir können wieder Hypo-Spray auffüllen. Sehr gut. So, das heißt, wir können wieder zurück. Wir haben unsere Berechtigung. Aber erstmal hier nachgucken. Das war mutig. Oh, die Musik ist geil. Oh, wo bin ich hier? Da unten ist wieder das Wasser. Das heißt, ich muss... Moment, wo war denn jetzt eben die Stelle mit dem... Ich glaube, ich muss wieder zurück. Kann das sein? Wenn ich da jetzt aber hinspringe... Wollte ich hier hin? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich wollte hier hin. Ja, hier hin wollte ich. Ja, hier hin wollte ich. Oh, wie geil. Es funktioniert. Es funktioniert. Jawohl. Chip. Nicht programmiert? Ich habe was vergessen. Was ist das? Wieso muss ich dir denn jetzt noch programmieren? Und wo? Oh, Kingers. Ich habe was übersehen. Oh, da war die Freude jetzt so groß. Und jetzt wieder so klein. Nee, warte. Da lang. Aber wo soll ich die denn jetzt... Da unten im Wasser. Das heißt, es muss da unten noch irgendwas geben. Halt, warte, 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 warte. Nee, 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 nee. Nochmal hoch, nochmal hoch. So. Den Phaser wegstecken. Genau, umgucken. Da geht es nämlich auch schon wieder rein. Sehe ich gerade. Da. Und jetzt... Attacke. Ach, jetzt hat er die Lampe drin, ne? Lampe weg. Lampe weg, habe ich gesagt. Oh nein, das war ein Fehler. Da kommt er nämlich nicht rein, ne? Ja. Scheiße. Kacke. Also doch wieder runter. Hier gibt es nichts. Nein, ich möchte jetzt mal auf jeder Etage gucken, bevor man hier jetzt gleich was übersieht. Hier gibt es auch nichts. Also... Nein. Okay, dann geht es hier weiter. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Komm, beeil dich. Ich glaube, hier geht nämlich gleich die Luft aus. Schneller, schneller. Komm, nicht aufhören. Bist du wahnsinnig. Luftvorrat erschöpft. Super, super, super. Komm jetzt hoch, 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 hoch. Komm, 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 komm. Beeil dich. Jetzt bin ich hier wieder. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich an der Konsole, wo ich gerade eben war, die da rot war. Und, und, und? Oh, Gott sei Dank. Es hat geklappt. Die war, glaube ich, oben links, wenn mich nicht alles täuscht. Kann ich mir jetzt nur vorstellen, weil was anderes habe ich jetzt hier nicht gefunden. Und ich glaube, auch der Teil bekommt wieder Überlänge. Aber sowas mögt er ja. War das hier drin? Nein, das war auf der anderen Seite. So ein Mist. Hier direkt rechts muss das gewesen sein. Jawohl. So, jetzt probieren wir das mal, ob ich recht habe. Tatsächlich. Was macht der da? Schiff programmiert. Ja, programmiert. Chip frei. Deswegen stand das da auch gerade eben. Naja. Tu siegst nicht. Hahaha. Äh, so. Jetzt müssen wir da wieder rüber. Und dann muss ich das jetzt wieder da... Scha... Nein! Ach, nein. Oh, nee. Ach, eine Ehrenrunde, bitte. Aber gerne doch. Solche Sprünge schafft man immer nur beim ersten Mal. Das ist, das ist auch bei Donkey Kong so gewesen. Wenn ich irgendwo in irgendeinem Level irgendeinen Sprung nicht geschafft habe, dann war es so, dass ich den beim ersten Versuch geschafft habe und dann nicht mehr. Benjamin, was machst du? Musst du unter der Decke kleben? Schwimm doch einfach, bitte. Einfach nur schwimmen. Einfach nur nach vorne. Frosch vor. Frosch vor. So, wie wir das in der Schwimmschule gelernt haben, beim Seepferdchen. So. Wieder die Leiter hoch. Und der Teil wird noch länger. Aber das möchte ich jetzt noch in diesem Teil machen. Dass wir schauen, ob ich mit meiner Vermutung recht hatte. Ah, ich wusste es, dass das Ding abbricht. So, und das? Na also. Der hat Sprung schon mal geglückt. Und der auch, Gott sei Dank. Wieso ist das jetzt hier so dunkel? Ich will nicht, dass ich dunkel... Im Dunkeln hab ich Angst. Ah, hier ist es wieder hell. Sind hier Jamada? Nein. Also, gehen wir rückwärts, 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 rückwärts. So, jetzt bin ich gespannt. Ah. Kontrollkondule aktiviert. Laborzugang gewährt. Ha, 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 ha. Aber jetzt sind die Jamada doch auch hier. Da ist der Drehkörper. Oh Gott, und die Musik gefällt mir nicht. Die Musik gefällt mir nicht. So, und jetzt? Soll ich den jetzt nehmen, oder was? Dorf, ich habe das Paket. Ich melde mich wieder, wenn ich einen sicheren Ausgang gefunden habe. Cisco, Ende. Ach, nö. Ich hab gedacht... Oh. Drehkörper, eins. Super. Tja, also wir haben den Drehkörper, Freunde. Und wie es hier weitergeht, das erfahren wir alle im nächsten Teil. Bis dahin. NRW bei 18. Adieu.